Hallöchen, liebe Freunde, willkommen zu The Kingman Project Alpha Version 1. Ich habe noch keine Ahnung, was mich in diesem Spiel erwarten wird, aber das schätze ich mal erfahre ich dann, wenn ich jetzt hier auf New Game klicke, Load Game. Empty Slot, okay. Äh, Left Mouse, Escape Leaf, ja. So, also dann, New Game, weil gespeichert habe ich ja noch nicht. Und dann mal gucken, was nach der Ladung kommt. So, da sind wir nun. Sieht ja ganz nice hier aus. Bisschen kaputt. Gitterstäbe sind wir in dem Knast. Ich habe keine mit blassen Dunst. Landkarten hier, kann ich hüpfen? Oh ja, hüpfen geht. Moment, ich muss nur kurz die Steuerung. Ah, C ist Bücken. Kann ich rennen? Ja, Shift Rennen geht auch. Ah, mit Q und E schwanke ich so rechts und links. Was benutze ich dann? Falls ich benutzen muss, mach mal gucken, abwarten. So, hier haben wir Schränke, mit denen lässt sich nichts anstellen. Manu. Oh, mit Rechtsklick habe ich gerade das hier aufgehoben. Hä? Was steht da gerade? I'm not entirely sure what that RedTube is. Also was RedTube ist, weiß ich ganz genau. Aber ich weiß nicht genau, ob es damit was zu tun hat. Hm. Nee, es hat nichts mit der Videoplattform zu tun. Nee, Tasten funktionieren hier. Eine rote Röhre halt ist hier, ja. Wunderbar, schön. Ah, Tür, wie geht die auf? Ah, gut. Habe ich das jetzt auch gemeistert? Oh, noch mehr Tür und wer hätte das gedacht? Da sehe ich, ich gehe mal davon aus, zwei Filmdosen. Oh, meine Füße. Meine Spielfigur ist zu sehen. Ach, wie nice. So, was haben wir hier? Ähm. Vielleicht muss ich mich bücken. Nichts. Rein. Gar nichts. Beziehungsweise da hinten. Nee, da hinten ist auch nichts. Fragt sich also, welche Existenzberechtigung dieser Raum hier hat. Rote Tür. Sieht ihr auch hier? Was zur Hölle? Also, da baumt sich schon die ersten Leichen. Lupe? Lupe? Hä? Item found? Hä? Ey, da lag doch vorhin irgendwas auf dem Tisch. Ich weiß jetzt nicht genau was, aber da lag irgendwas auf dem Tisch. Was war das jetzt? Die Tür geht gar nicht auf. Na gut, bevor ich aber doch da jetzt weiter... Ist es? Was ist das denn? Da geht gar nichts. Hm. Oder ich drücke einfach die falschen Tasten. Ich probiere mich gleich da dumm rum. Verschlossen? Scheint auch verschlossen zu sein. Dann muss ich ja da lang gehen. So, was haben wir hier? Hat das irgendeine... Nee, hat nichts damit zu tun. Hücken. Hm. Ich kann hier machen, was ich will. Es reagiert nichts. Vielleicht muss ich auch wieder in den anderen Raum zurückgehen. Bleibt abzuwarten. Ist eigentlich hier oben was? Nee, hier ist auch nichts. Ich frag mich wofür. I'm not entirely sure what that red tube is. Ja, das ist das einzige, was ich jetzt hier gefunden hab. Nanu? Hä? Also irgendwas hab ich eingestellt jetzt hier, aber ich hab keine Ahnung. Item found? Ich hab die Spritze wieder aufgenommen. Ja, super. Einmal Spritze hingelegt und... Ah, wie komm ich jetzt da durch? Ich kann ja auch rennen. Das hab ich ja total vergessen. Aber da geht gar nichts. Rechts mal... Linksklicks geht auch nix. Mittelklick auch nicht. Also das ist halt nur noch dieses Ding hier suspekt. Das jetzt ging. Äh. Und das Ganze mit der... F-Taste? Warum schlägt die Musik hier auf einmal so... um? Moment mal kurz. Safe Game. Oh, gut. Also man kann hier in dem Spiel speichern. Das find ich schon mal sehr gut. Was ist das denn hier? Die Musik passt mir gar nicht. Wie? Was? Wo? Wo? Wo hat das jetzt hier gerade... Rrrr gemacht? Ich hab's doch gar nicht ganz genau gehört. Hinter der Tür. Oh no. Kann ich das Ding wieder aufnehmen? Nee, diesmal nicht. Ich folge dem Licht. Es passt mir gar nicht. Es ist so dunkel hier. Mama? Schlüssel. Item found. Ja. Ich weiß, wo verschlossene Türen waren. Ich weiß, wo verschlossene Türen waren. Und es hält mich jetzt hier nichts mehr. Es hält mich hier nichts mehr. Ich bleib gar nicht... ...herstehen. Warum will die Tür jetzt hier nicht zugehen? Oh, doch. Wollt sie. So, mal gucken. Oh. Ach, okay. Gilt für beide Türen. So, kann ich hier so um die Ecke looken? Noch eine Tür. Und da sind auch noch weitere Türen. Aber ich geh mal davon aus, dass diese Tür mich dann in den einen Raum führt, wo die Köpfe... ...die Leute hingen. Wenn die Tür hier aufgehen würde, tut sie aber nicht. Puh. Das hat schon lange nicht mehr Wurl gemacht. Beziehungsweise hier sind ja auch noch Sachen. Das war ja ein lustiger Sprung. Kann ich hier noch irgendwie was? Nee, hier geht nichts. Also kann ich das auch nicht aufnehmen. Springe ich nochmal so? In gewisser Hinsicht, ja. Scheint wohl ein kleiner Bug zu sein, aber da hat man ja auch vorgewarnt, dass da Bugs sein könnten in dem Spiel. Nanu? Ach, Moment mal kurz. Jetzt sehe ich es ja gerade. Da drüben ist auch noch so ein Schalter. Was hat die Türen da geöffnet? Die rote bleibt immer noch verschlossen. Macht es jetzt gleich wieder, hua? Moment mal kurz, wenn ich schon gerade speichern kann. Jo. Dann speichere ich. Also die Tür geht schon mal nicht auf und die Tür ist verbarrikadiert. Drei weitere Türen sehe ich noch. Da geht auch nichts auf. Da auch nicht. Laterne, Laterne. Da kann ich aber auch nichts anfangen. Oh, Mann. Das beartet sich ja hier in immer mehr Räume auf. Wo bin ich nur hier reingeraten? Äh, Tür zu. Danke. So, was haben wir hier? Schreibtische, aber ansonsten... Mit dem Zeug kann ich auch nichts anfangen. Hätte ich vielleicht gar nicht hier reingehen brauchen. Da unten liegt hier nur so ein Ding, das sich nicht bewegt. Komisch, im ersten Raum konnte ich es aufheben und rumtragen. Dann habe ich es fallen gelassen. So, von da aus bin ich ja gekommen. So, wie es da aussieht, könnte es weitergehen, theoretisch. Oh, Mann. Ich hasse umgecken. Bisher ist ja noch nichts gewesen. Na nun? Ähm. Ob das so gut ist, weiß ich jetzt nicht. Ich sehe hier aber auch nichts irgendwie, das ich benutzen könnte. Oder ich bin einfach zu frühzeitig hier. Kann ich auf die Reifen da? Ne, das sind keine Reifen. Das sind Fässer. Aber ich könnte drauf klettern. Scheinbar muss ich noch irgendein Item finden. Der Raum war ja leer. Da ist ja irgendwie... Wo ist das Vieh? Ist es weg? Oh no, ist es nicht weg. Da ist er aber gerade. Jetzt ist er weg. Heilige Scheiße. Der ist wohl an der Wand verreckt. Wo kam der her? Die Tür geht nicht auf. Rechts, links. Ich gehe rechts. Oh. Das Schlimme ist, ich sehe hier schon bereits gar nichts mehr. Ähm. Hä? Super. Ich sehe hier rein gar nichts. Ich weiß auch nicht, was ich hier machen soll. Da kam das Vieh rausgesprungen. Und jetzt ist anscheinend... allem anscheinend nichts da. Vielleicht muss ich hier wieder durch das Rote hier durch. Ich weiß sonst wirklich nicht. Also kurz... Verfolgungsjagd. Dann ist das Vieh hier an der Wand hängen geblieben. Vielleicht geht es jetzt ja auf. Nö. Was zur Hölle? Also noch einmal kurz hier zurückverfolgen. Hier bin ich reingeflüchtet. Und da hängt er auch hier eine ganze Weile an der Wand. Bis er umgefallen ist. Das ist auch der einzige Raum hier, in dem noch was irgendwie... Aber da geht nichts. Tö. Und dann... Er hat auch nichts hinterlassen, was ich mitnehmen könnte. Zumindest nicht offensichtlich irgendwie was. Also es sieht ganz danach aus, als braucht dieses Spiel hier noch eine ganze Weilung Entwicklung. Es war ja nicht umsonst eine Alpha. Oder laufe ich hier im Dunkeln gegen irgendetwas? Also ich stecke hier in so eine Nische, so gesehen. Hm. Ne, tut sich gar nichts hier. Finde ich richtig schade. Aber nun gut, was soll ich dagegen tun? Uff. Tja. Also. Es tut mir leid, dass ich euch mit diesem Spiel hier jetzt enttäusche. Geht leider rein gar nichts. Rein gar nichts. Aber wie gesagt, es ist auch nur eine Alpha. Vielleicht gibt es irgendwann mal ein Update. Ich werde das mal auf der Seite da, wo ich es mir runtergeladen habe, beobachten. Den Link setze ich euch natürlich auch in die Beschreibung. Oder ihr findet eher was raus als ich. Könnt ihr mir ja... Könnt ja sein. Und das könnt ihr mir dann gern mitteilen. Tja. Ansonsten, ja, bin ich dann jetzt mal raus hier. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Game. Bye, bye.